Daisy Lang, das Turnier der vier besten deutschen Boxerinnen vor Augen. Eine Lady, die klare Reizpunkte setzt. Daisy. Zwischen zwei Sparringseinheiten betonen beide vor allem ihre feminine Seite. Einfach zu schön. Können Sie sich, merken Sie auch Veränderungen dann an sich kurz vor dem Kampf, Daisy? Ja, natürlich. Ich bin Frau mit zwei, nein, mit drei Gesichtern. Drei? Ja, drei. Oh, nein, nur eins mehr. Welche drei? Ja, ich sage warum. Natürlich vor dem Boxkampf. Ich bin sehr konzentriert. Und wenn ich selber mich danach sehe, in meinem Boxkampf im Fernsehen, manchmal sage ich, bin ich das ich und bin ich ganz anders und das ist normal. Sonst natürlich, ich bin auch Physiotherapeutin und das ist mein zweites Gesicht. Und mein drittes Gesicht ist, dass ich eine ganz normale, sensible Frau bin. Und wir alle anderen. Wir haben uns auch, heute haben wir unsere Gäste reichlich geschenkt. Wir sehen hier auch noch mal die mindestens drei Gesichter der Daisy Lang, ne? Hier vorne, wenn man das ist schon ein Unterschied. Ganz klar, wie immer die typischen ZDF-Grafiken. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag, ich habe es ja schon gesagt, mit dem großen ZDF-Boxabend. Wir stimmen Sie auch ein auf die Fußball-Bundesliga. Viel Glück für die Weltmeisterschaft. Danke schön. Viel Glück für die nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Danke. 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 Danke.